Wie es aussieht, ist derzeit keiner von den sieben da. Also kann mich auch niemand daran hindern, das experimentelle Realitätserweiterungssystem des Wissenschaftlers einzusetzen. Fieber ist das System zu gefährlich für Tests, weshalb wir diesen Schritt überspringen. Also kämpfe weiter. Ich melde mich, sobald das System aktiviert ist. Hallo zusammen. Es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Das hier ist meine allererste Runde in Fortnite Kapitel 4. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Damit wir später alles sehen können, wird dieses Video, wenn es denn fertig ist, ungeschnitten hochgeladen werden. Ich werde auch nicht speziell auf Aufträge spielen, sondern einfach gucken, was auf mich zukommt. Aufträge, die ich erledige, erledige ich. Die ich nicht erledige, muss ich halt ein andermal machen. Ich werde das Ganze weder kommentieren, noch den In-Game-Chat mit aufnehmen. Also einfach reines Gameplay und sonst nichts. Woah. es Das Realitätserweiterungssystem ist bereit und läuft. Wähle einen Mod und schau was passiert. Das ist die erste Realitätserweiterung. Ausgewählt. 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 Du kriegst die Dreh raus. Beeindruckend. Die Dreh raus. 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 Die Dreh raus.